hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge ocean horn 2 wir befinden uns in der festungsunterführung und versuchen jetzt mal da uns durchzuschwingen meister mail hier findet sein eigener weg auf die brauchen nicht warten sagte auch nicht direkt bei der uhr geht doch schon wieder ist durchlesen oh lasse dies die letzte ruhe steht für den sein dem nicht vergeben werden kann da steht ja viel text für so wenig text so leben findet man genug muss man sagen blitzkaktus ok wenn wir schon hauen hier wo war hier noch leben haben wir schon gedacht so und rüber kommt wer war das denn jetzt haben wir drei stück müssen eigentlich ein mehr bekommen das hat noch drei stück bin ich verkehrt ist super das sound das macht mich zu geben oh nein oh nein oh nein oh nein Ich glaube, er ist nicht tot. Gibt's doch gar nicht. Ist er. Nein! Komm nicht an mir! Das steht ja wieder getroffen, weil ich. Mein Gott, das war schon ein blödes Viech, wenn er nicht auf den Boden kommt, ne? So, hier kann man wahrscheinlich irgendwas hinwerfen, was explodiert. Hm, aber was? Positionen haben wir nicht. Müssen wir halt ne Bombe hinlegen, wir haben mal Bomben da, ne? Also, von daher. Warte, will ich zurückgehen? Warte, geht's. Nein, jetzt nicht so viel hier drin, ne? Ein Boss war das ja auch nicht. Das ist ein Meister Mayhem. Geiler Typ. Natürlich die Abkürzung frei machen hier. Geil. Na gut. Dann werden wir mal los. Scheint ja nicht mehr weit zu sein. Bahnhof von Senua. Senua Hochland. Geil. Ruto? Ist das ein Wun? Das ist zu. Das ist zu. Das ist zu. Das kann ich so wissen. Vielleicht ist das andere. Die Tür ist kaputt. Warum ist das nicht heute zufrieden? Das kann nicht zu schwer sein, oder? Genau, Leute? Da, ich sag dich, ich sag dir, mein Mann. So, gehen wir hin zur Tür. Ich sehe, dass wir wahrscheinlich der dritte draufstehen. Und geschlossen. So, stehen alle drei drauf. Oh, Glück, dass er da drauf stand. Das ist zwar geschlossen, aber wir kommen trotzdem rein. Das ist eine Anleitung. Da muss irgendwie Strom drauf. Kann man das auch mit Menschen leiten? Oder steht er mit drei Menschen? Okay. Ich gucke, ob wir irgendwas finden hier noch, bevor wir es machen. Die sollten wir uns weiterleiten müssen. Ich habe die Roboterin auf den Shop außerhalb der Mauer geworfen. Also eine Bahnhofleitung. Blitzzauberbehälter für... Ah, okay, guck mal. Die brauchen wir wahrscheinlich. Wollen die sich da hinstellen? Ich kann durch einen Blitz da reinschießen, aber ich glaube... Ah, Skarabare... Trin, Jen! Okay, wir stören für so uns einfach mal. Okay, warte mal. Also müssen wir die Blitze da reinballern oder wie müssen wir das machen? Weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. Aber wenn ich hier drauf drücke, dann leuchtet der. Genau, also kann ich dagegen schießen. Wir probieren es dagegen zu schießen. Pass mal auf. Ah, warte. So was ist das machen? Okay. Nur ein Blitz hatten? So war das durch. So mehr Blitzschüsse haben wir nicht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen sammeln. Denn wie man sieht... Was ist das Horn von diesem? Mann! Die anderen machen überhaupt nichts. Warte. Ok, wir müssen noch... Ich brauche noch ein blitz. Ich muss noch was ein sammeln hier. was hier über ein stück war ich natürlich nicht so ein bisschen mehr wenn ihr ein paar sachen rum so mögen ok und für noch ein und hier auch noch hier noch eine versteckt unten mal gucken welche richtung was am besten geht aber das ist der letzte sein denke ich mal so da oben ist der kleine und wie okay wir so ok und dazu geht wieder perfekt wenn es gar nicht funktioniert so ist Was meinst du? Arrivederci sagen. Komm rein da. Komm rein. Erpult. Los geht's. Oh, gut. Gehen wir mal mit ein paar Leuten hier. Essen mit ihr. Immer mehr über dich. Okay. Haben wir ihn noch hier. Ja, weißt du. Wo ist er? Eine Mission? Ich weiß nicht mehr, als du. Aber es muss etwas wichtig sein, weil die Ordnung von Archimedes selbst kommt. Etwas sehres ist passiert. Eingeredet und dann ist auch schon die Zugfahrt beendet. Okay, die sieht etwas größer aus. Make your way to the white city. Arcadian road trip. Die ist schon groß, ne? Da liegt ein bisschen leblos, ne? Mit zwei, drei Menschen lang. Da müssen wir Action drauf sein. Oh, gut. Die ist schon großartig. Master Mayfair, Sir. At ease, soldier. Is everything under control? Yes, Sir. His Excellency, Grand Regent Archimedes, ist expecting you and your company in the palace immediately. Very well. I am expecting a warm welcome. Hey, don't worry. We get to do the sightseeing later. Gut, ab zum... Meers. Ah. Here we are on the brink of greatness. And yet you burden me with your grim news, Master Mayfair. I'm afraid that is the case, Sir. Knights are working hard to find out who's behind the attack on Arn village. Ah. It is Mesmeroth. That bitter young warlock has finally decided to try to take the throne from me. We haven't heard from him for over a decade. Many assume he's dead. No. He is alive. But I will crush him like an insect. He is no match for me. I built this city with my bare hands. I defended it against the invading dire folk decades ago. And in the evening of my days, I created this. With the grand core, I am finally able to harness the full power of nature for Arcadians and take my kingdom to the next level of existence. A windspiel. I had a little help from the gods on the way. These are the legendary emblems of creation. Two decades ago, we humans, Auris and Gilfolk, decided to unite our powers and brought together the emblems of sun, earth and ocean. These sacred emblems are divine artifacts given to each kingdom by the gods themselves. When we gathered the emblems here in the White City, little did we know that removing them from their beacons would wake a demon. An unknown dark energy gave birth to Shadow Maga, a creature that rallied dire folk armies against Arcadia. The enemy was defeated and a new age of prosperity and peace began. For some of you, that is all you have ever known. We are facing a new threat now. It could be something far worse than dire folk. I was naive to think that the darkness would not return after we defeated Shadow Maga. But that is the reality we live in now. We must repair the damage and suppress the power of the ones who oppose us. We must take the emblems back home. Shadow Maga were born when the emblems were removed from their pedestals. Is it your plan to return the sacred emblems to stop the Dark Army? Yes, but not only for that reason. I have already solved every riddle the emblems have to offer. We already have the power of the sun, wind and water on our side. But my greatest creation yet, the Grand Corps, will not be completed until the emblems of creation are returned to their beacons. I want you, my most trusted knights, to take them. You will meet with Ambassador Iron Talon of the bird people, Auris. And start your journey to Perta as soon as possible. We will return the emblem, sir. But I am also concerned about the kingdom's safety regarding- You do not need to worry about Mesmeroth, Master Mayfair. When the snake shows its head, I am more than prepared. Where is that end? Where is that end? Where is that end? ...Uberwaffe. Knights. You heard your mission? Now go on and talk to the Ambassadors, while I will visit the Knights Order and start preparing your trip. Let's meet at the Red Herring Inn in the lower town. Tell the man at the desk, that Hermit sent you. Is that clear? Hermit. Okay. Then. So. Was is the? We will do it. Nice to meet you young knights. It gives me great joy to bring the sacred emblem of earth back to my homeland, Pyrta. I have arranged a boat that will take us to the great jungle of Pyrta. I will await you at the harbor tomorrow morning. I cannot wait to take the sacred emblem of Ocean back to Sumeria. But it was decided that you should help Ambassador Iron Talon first. As the situation in Pyrta is not as stable as it is in my home. I am looking forward to working with you later. Okay. Gut. Ähm. Machen wir das. Und das machen wir das Ganze machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.